Hi Leute und Willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Wir haben in den letzten Part bewaffnete Geister gefunden. Können wir eigentlich irgendwas machen, weil das Ding so kaputt ist? Ach guck mal einer an. So kommt man hier rein. Das ist ja ein Zufall, weil ich... Ja, komm mal her. Oh komm, werde ich nicht so. Werde ich nicht so. Hab ich gesagt. Ja, ja. Weg bist du. Sehr nice. So, Spinnenweben nochmal weg. Weiß ich, ob das irgendwas bringt, aber naja. Also zur Ritterzeit muss es toll gewesen sein. So viele Tomaten, um Leute am Pranger zu bewerfen. Das war ein richtiges Nationalfest. Okay, da war nur der Geist. Wer baut denn eine Tür in ein kaputtes... Ach egal, gutes Verstück. Wobei eher nicht, wenn man so viel Wein säuft, äh Bier und so. Aha. Cool. Okay. Okay. Ich wollte nicht runter. So, gehen wir nach links. Nein, kommen wir nicht. Okay. Schade. Alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Oh, jetzt hätten wir den Schlüssel eh gebraucht. Alles klar. Hätten wir das wahrscheinlich eh gefunden. Hm. Wird das echt nicht einsaugen? Schade eigentlich. Hm. Hm. Willst du öffnen? Ja. So. So, dass man sowas von sieht. Ups. Wer kommt. Oh. Au. How far that sunk. Okay. Eine kleine Geldringe. Was haben wir hier? Oh. Oh. Nice. Okay, Drache hat bestimmt Feuer für uns. Dafür müssen wir die Gasflasche öffnen. Pusten. Nicht? Hm. Okay. Hm. Was doch irgendwie. Ah, ich verstehe. So, dann. Zack. So. Aha. Und jetzt. Fucken wir den ganzen Scheiß her ab. Ach, komm, weg damit. Ich will dieses Ding nicht. Meine Güte. Hallo. Aha. So. Dann kommen wir jetzt hier wieder hoch. Sind drüben. Tada. So. Oh, die Folterkammer. Komm mal. Den wa auch nochmal. Ah, guck mal, der kann einfach reingehen. Ah, mal da hin. Und, so. Perle. Okay, dann. Luigi, du gehst da rein. Und du pustest mal ein bisschen. So, dann kommen wir jetzt ins Unten schon mal an. Nein, 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 nein. Oh, kann man uns da reinstellen? Ah, schade. Ich dachte, er wird gefangen davon. So, kommen wir her. Na, komm. So, was haben wir hier? Wasser. Falls es jetzt Luigi ist. So. Da ist noch was. Wie kommen wir da denn ran? Ja, ja, komm mal her. Wie kriegen wir das denn da? Was passiert, wenn ich das ja mache? Nicht pusten. Nee, auch nichts mehr. Wie bewege ich das denn? Das ist Luigi, du kannst das doch benutzen. Die Benutzeratmosphäre da, oder was? So, und jetzt? Das ist aber schön ansaugen, oder? Nicht? Ah, schade. Okay. Wie mache ich das? Das ist meist kaputt, wenn ich Beine mal besaug. Vielleicht gepuste. So, wer gewinnt jetzt? Keiner, okay. Schade. So, ähm. Ah, da oben war Geld. So, jetzt frage ich mich nur. Die Kette geht doch da hoch. Die geht da hin. Also, da geht's hier rein. Und dann? Wenn Luigi vielleicht da reingeht? Moment. Müssen wir kurz tauschen. Äh, zack. Hallo? Maus? Danke. Oha, ernsthaft. Na, von wegen, komm. So, Frigi. Du musst jetzt mal wieder nach oben. Das Witze muss irgendwie mehr machbar sein. So, wenn du jetzt in diesem Käfig bist. So, wenn du jetzt in diesem Käfig bist. Ich bin einfach nichts, wenn ich da oben reinstehe. Ich hab schon fast gedacht, aber... Okay. Okay. Das ist einfach nur dafür. Das heißt, das andere hängt einfach hier unter uns, aber... Ich müsste irgendwas haben, um das dagegen zu schießen. Aber wir haben hier nichts, ne? Ich hätte gesagt, was hier unten irgendwas ist, weil das so übelst du noch aussieht, aber verkarte ist leider nichts. So, Feuer ist aus. Was finde ich, dass ich das hier auch mal? Ich glaube, das macht nichts. Ne. Uff. Uff. Ups. Wie komm ich da ran? Gefühlt gar nicht. Es muss noch einen Weg geben, da anzukommen. Ist im Hintergrund irgendwie was? Ne. Ist nur ne Steinwand. Moment. Hab gedacht, könnte er durch das Holz laufen, aber... Moment. Ich bin nirgendwo hier rein. Oder durch. Oh. Okay Ja, jetzt darfst du durchquetschen, aber es bringt mir nichts So Ah, warte mal Wenn der durch Holz sich Quetschen kann, dann kann der bestimmt auch Ne, da oben nicht durch Quetsch dich doch einfach durch das Holz Ah, schade Okay, mein D ist schon wieder kaputt Ich habe keine Ahnung, wir lassen das Gehen einfach weiter Ach, warte mal, jetzt sehe ich gerade was Wow Soll ich mal vielleicht vorher sehen Oh, wow, wie einfach Ich habe es einfach nicht gesehen Jetzt nur erst, wo ich durch die Tür wollte Mir fehlt ein Schlüssel Okay Kannst du durch die Wand hier durch? Ne Ist doch irgendwie nichts Moment Mir fehlt ein Schlüssel Da fehlt mir denn jetzt ein Schlüssel Ey, ist das mies Boah, das fand ich ja schon ein bisschen erschrocken Guck mal her So, was bringt mir das jetzt Upsa Gibt denn jetzt ein Schlüssel her? Wo kriege ich ein Schlüssel her? Ich gehe erstmal hier rein Ah, ein Schlüssel, ein Schlüssel, ein Schlüssel Upsa Oh, ich komme nicht zurück Oh, nö Mies Ich fackel den Drachen einfach ab Ah, ob das verspringt, ich weiß nicht Oh, kann ich hier weiter nach vorne? Ne Ah Ne, ich darf echt nicht wieder zurück Oh nein Nein Zwei mal zurück Ah Okay Das soll nicht durch die Tür Also hilft mir das Ganze auch nicht Ist halt durch Nein Hm Okay Das ist verwirrend Wo finde ich denn einen Schlüssel? Oh Uff, 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 uff Oh Okay Okay, ganz sicher war gar nichts Ich sehe nicht, wo ich einen Schlüssel Warte mal Da oben Vielleicht noch was Hier ist nur Mechanik, ne Kann ich hiermit irgendwas anstellen? Nee Nicht so richtig Da, 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 da Ist aber einfach gar nichts Ist aber einfach gar nichts Hm Okay Ich weiß nicht, wo ich einen Schlüssel finden soll Aber ich darf hier einfach nicht durch Ja, Schlüssel, ist mir klar Aber Ah Wo krieg ich einen Schlüssel her? So, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel Ich kann damit nur nicht aufsch... so Oh Das Ding selber kam gar nicht an, wir sehen Das Gericht Okay, Schlüssel Vielleicht... mit dem Ding Oh Katsache Okay Ich muss hier vielleicht einen Schlüssel Oh Haha Spuckt unsere Mütze nochmal aus, Schen Dann lasse ich doch, was ich machen muss Hallo Ha Viel Spaß dabei Okay Da oben ist Das hier Komm her Ja Hallo Hallo Wow Heps Ah, wir können rüber So Ein bisschen lasse Schlüssel Und einschlüssel, oder? Jawoll Genau das, was wir wollten Oh yeah Helme Haha Kann doch irgendwas kaputt machen? Okay War das das schonmal? Oh Ist hier so ein Griff dran, ne? Benutzen? Ne Zeug, dass ich was sehe Okay So, was ist hier? Nichts, was von Treffung gehört Oh, bei! Da unten ist noch ne Treppe Moment, ich mach mal zurück, ich mach mal zurück Voll cool Voll cool So, hier sind noch Treppen Wo fern die hin? Was war alles? Ist das Mini-Versteck nur? Na ja Okay Dann halt nicht So, dann haben wir ja alles gefunden, was wir wollten Ähm Ach du Scheiße Äh Äh, ja Nein, 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 nein Ach, Zong Nein! Zong! Ist verfeiert So So viele kleine sind aber schon ein bisschen mies Aber okay Die waren mir jetzt nicht so aggressiv So, dann wenden wir hier den Part Und gucken wir nächstes Mal Was sich hinter dieser tollen Tür befindet Ich war eigentlich, dass Luigi hier Das Ding benutzt Zum Pranger, aber Gut, dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Ciao